Grüße an die Leser der Neuen Rheinischen Zeitung. Dieses Jahr im Oktober ist der 100. Jahrestag der großen sozialistischen Oktoberrevolution. 100 Jahre Roter Oktober. Das ist für uns heute auch ganz aktuell. Denn angesichts von Krieg, Armut, Hunger in der ganzen Welt, aber Armut auch hier bei uns in der BRD, ist ein neuer Anlauf zum Sozialismus dringend nötig und es ist nötig, Wege dorthin zu finden. Dafür brauchen wir die Zusammenarbeit vieler Menschen, von Kommunistinnen und Kommunisten, aber auch anderen Menschen, die für eine gerechte Welt eintreten. Und wir möchten alle zu einer Diskussion in dieser Hinsicht und zu gemeinsamen Aktivitäten in dieser Hinsicht einladen. Aktivitäten gegen den Krieg, Aktivitäten gegen die Klassengesellschaft, Aktivitäten für den Sozialismus.